Was jetzt Lara? Hörst du auf Max und lässt die Spur nach Schottland kalt werden? Oder rufst du deinen ehemaligen Chef an und prahlst mit deinem Erfolg in Portugal? Jetzt sind wir ja zählweise, oder? Und, haben Sie etwas herausgefunden? Hören Sie mir denn überhaupt zu? Das ist kein Witz. Das ist todernst. Machen wir es kurz. Sie wissen also nichts. Es sieht so aus, als sei Dias nach Schottland geflogen, um sich mit einem Mann namens Thea-Hahn zu treffen. Dieser Thea-Hahn hat wohl vor, eines der gestohlenen Gemälde zu kaufen und will es vorher von Dias auf Echtheit geprüft haben. Hervorragend. Wenn dort wirklich Gemälde aus der Eremitage sind, dann muss ich das wissen. Fliegen Sie sofort dahin. Wie soll ich es ausdrücken, damit Sie mich verstehen? Ich habe keine Lust, mich wegen ein paar Gemälden umbringen zu lassen. War das deutlich? Es ist ja verständlich, dass Sie Angst haben, aber sehen Sie es mal so. Wenn Sie nicht gehen, mache ich Ihnen das Leben zur Qual und Durant mache ich fertig. Ich wiederhole meine Drohungen ja nur ungern, aber Sie zwingen mich dazu. Ich kann Sie ja verstehen, Lara. Aber ich muss diese Gemälde wieder beschaffen. Und davon bringt mich nichts und niemand ab. Haben Sie das verstanden? Selbst wenn ich da hinwollte, ich kann nicht einfach so meiner Arbeit fernbleiben. Nicht schon wieder. Sie haben nicht wirklich eine Wahl. Irgendwie müssen Sie auf legale Weise dorthin, ohne jemanden dafür den Grund zu nennen. Irgendwie werden Sie das schon hinkriegen. Und es geht weiter. Der Computer ist ausgeschaltet und es ist keine CD drin. Okay. Ich hatte ja... Jetzt sehen wir nochmal ein Stück. Ja. Als Oedipus in die Stadt Theben kam, herrschte tiefe Trauer und Furcht. Die Sphinx versetzte die Menschen in Angst und Schrecken und man beweinte den Tod des König Laios. Ja. Okay, zum Tänzer. Zur Tür. Interpol. Oh, warte mal. Zum Museum. Alter Mann. Das ist ja noch ein Tippgeber. Sie sehen besorgt aus, Lara. Jemand, den ich gern habe, steckt in sehr großen Schwierigkeiten. Gibt es einen neuen Mann in Ihrem Leben? Wohnen Sie zusammen? Sagten Sie nicht, Sie leben alleine? Das stimmt. Manchmal viel zu sehr. Lassen Sie mich raten. Sie haben sich in ihn verliebt, aber er weiß es noch nicht einmal. Ich weiß nicht, ob ich mich ihm gegenüber öffnen sollte, denn schließlich bin ich an dem Schlamassel schuld, in dem er jetzt steckt. Das Leben ist viel zu kurz, um die paar Schritte nicht zu gehen, die vielleicht zum Glück führen. Unser Schicksal steht nicht in den Sternen geschrieben. Es liegt in uns selbst. Das hat Shakespeare gesagt, mein liebes Kind. Naja, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, ich sollte jetzt besser gehen. Lassen Sie mich Ihnen noch etwas sagen. Vor Ihnen liegt eine Reise, Lara. Und am Ende dieser Reise müssen Sie sehr vorsichtig sein. Was für eine Reise? Wovon reden Sie? Sie haben dem Tod ins Gesicht gesehen, habe ich recht. Zum ersten Mal ist er Ihnen ganz nahe gekommen. Und das ist nie angenehm. Hören wir doch auf mit diesem Spielchen. Woher haben Sie das gewusst? Glauben Sie an das Schicksal, Lara? Glauben Sie daran, dass das geschieht, was geschehen muss? Wenn ich daran glauben würde, dann hätte ich schon auf meine Mutter und auf meine Tante mit ihren Geschichten gehört. Aber ich glaube daran, dass es für alles eine rationale Erklärung gibt. Und genau die möchte ich jetzt gerne von Ihnen hören. Ich frage Sie jetzt also zum dritten Mal. Wie konnten Sie das wissen? Vielleicht hätten Sie ja darauf hören sollen, was Sie ihnen zu sagen hatten, Lara. Die Welt kann nicht nur mit wissenschaftlichen Formeln und Gesetzen erklärt werden. Sie hätten wirklich auf Sie hören sollen. Ich bin an Fakten interessiert, an klaren, eindeutigen Antworten. Und genau darum tue ich, was ich tue. Nicht jeder macht das Schicksal oder die Musen oder wen auch immer dafür verantwortlich, was ihm Schlechtes widerfährt. Aber Sie... Sagt das nicht Max immer? Wenn etwas schiefläuft, behauptet er immer, die Musen stünden nicht auf seiner Seite. Ich kann mich nicht erinnern, Ihnen seinen Namen gesagt zu haben. Natürlich haben Sie das. Woher sollte ich ihn denn sonst wissen? Sie. Wer sind Sie? Aber ich habe mich doch bereits vorgestellt. Mein Name ist Florian Pelletier und ich bin Dichter. Sie sollten jetzt aber besser gehen. Das Plaudern mit Ihnen hat mich ganz müde gemacht. Und ich muss mich ein wenig ausruhen. Irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Die Statue einer jungen Frau. Soweit. Okay, sie hat ihn Max nicht genannt. Ich gehe mal wieder zu hinter. Okay, ich gehe wieder rein. Und in mein Büro. 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 Junkle in der City. Hier ist Vetlova. Hallo, hier ist Muriel. Du bist gerade aus Lissabon zurückgekommen, stimmt's? Hast du schon gehört, was dort passiert ist? Nein. Äh, und was ist passiert? Das weißt du nicht? Da ist ein Haus in die Luft geflogen und dabei wurde jemand getötet. Genau da, wo du warst. Sei bloß froh, dass du wieder da bist. Du hast ja keine Ahnung, wie froh ich bin. Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Ich kenne doch dein Glück. Wenn der schiefe Turm von Pisa umfallen würde, dann bestimmt gerade, wenn du direkt unten drunter ein Picknick machst. Bitte fahr am besten nirgendwo mehr hin, ja? Keine Sorge, ich habe nicht die Absicht. Und vielen Dank, dass du dir Sorgen um mich gemacht hast. Bis später. Und denk ans Mittagessen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe. Bis später dann. Na super. Zuerst war es Lissabon und jetzt Lady Bank in Schottland. Wie in aller Welt soll ich denn da hinkommen, ohne dass das jemand mitbekommt? Meine Karriere bei Interpol kriegt wirklich noch eine ziemlich merkwürdige Wendung. Ja. Auf hingehen wir an den Computer. Oh, eine E-Mail. Scheint, als würde jemand aus unserer Abteilung nach Schottland pflegen. Das könnte unter Umständen hilfreich sein. Ich muss Charlotte eine E-Mail schreiben, um mehr darüber zu erfahren. Im Augenblick haben wir mehrere wichtige Operationen zeitgleich laufen. Ich liste sie, ich erinnere mich auf. Zum Ende der Wachtungs unbedingt die ganze Woche kam zu dem Boss und voll abgeschlossen sein. Berichte der vorgeladenen Experten sind bereits seit zwei Wochen fertig. Also ist dieses Mal unsere Abteilung allein verantwortlich für die Verzögerung. Am Mittwoch wird um neun die italienische Delegation hier erscheinen. Offiziell kommen sie, um uns für die Rückgabe des Lekom zu danken. Inoffiziell jedoch werden sie versuchen, uns Zurückgabe des Dekas zu bewegen. Seien sie nett, machen sie aber machen sie diesbezüglich keine Versprechen und sagen sie so wenig wie möglich zu diesem Thema. Diese Woche wird auch der Transfer zur Modern Art Galerie in Glasgow endlich stattfinden. Die Statuetten werden zuerst per Helikopter zum Flughafen nach Chamberry gebracht und von dort aus mit dem Jet direkt nach Glasgow. Der Helikopter bleibt dann noch zwei, drei Tage in Chamberry zu uns gekommen. Ich hab vergessen, wen du ne E-Mail schreiben musst. Charlotte? Und dann redet ihr, ich koche mir Informationsstück nach Schottland. Dann soll der stattfinden und wer übernimmt die? Vielen Dank, Lara Svetlova. Ring! Ja. Ja. Können Sie da jetzt wirklich noch eine offizielle Beschwerde einreichen? Ja. Dieses Mal nicht. Es hat doch bestimmt lange gedauert, dass die E-Mail schon da ist. Aha. Also fliegt Garneau nach Schottland. Das muss ich irgendwie ausnutzen. Ich rufe ihn mal auf dem Büroanschluss an. Mach ich. Der Flug steht vor heute auf dem Programm. Er war ursprünglich von morgen geplant, aber wir mussten ihn verlegen. Ihr Kollege ist absehbar und ist dafür eingeteilt. Wenn Sie weitere Funktionen oder Rassuren haben, setzen Sie ihn mit Verbindung. Willkommen aus Frankreich, spricht Deutsch, Däninisch, Zizisch und Englisch. Ähm. Durchfall 548. Okay. Ah, ich sollte wohl mal nach meinen E-Mails sehen. War ich zu schnell? Ja. Ah. Sebastian, hier ist Lara. Fliegst du mit den Statuetten nach Schottland? Ja, schon. Aber ich brauche dir ja wohl nicht zu sagen, dass ich nicht besonders begeistert bin. René ist gerade mal seit vorgestern aus der Entbindungsstation zu Hause und da muss ich schon wieder für drei Tage weg. Was will diese dumme Kuh denn jetzt noch? Dann würde es dir also nichts ausmachen, wenn ich an deiner Stelle fliegen würde? Du machst wohl Witze. Wenn du mir das abnimmst, dann nenne ich unser Kind nach dir. Super, danke. Dann will ich mal hoffen, dass es kein Junge ist. Ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn Garnot nicht schon für den Flug dahin eingeteilt gewesen wäre. Jetzt reicht es mir aber wirklich. Ostankowitsch ist dieses Mal wirklich zu weit gegangen. Dieses letzte Mal fliege ich noch. Dann habe ich endgültig genug. Du hast recht, Lara. Deine letzte Reise hat gerade begonnen. War es wirklich eine gute Idee, nicht auf Max zu hören? Kehrst du zurück mit der Lösung des Falles in den Händen oder wird Lady Bank dein Grab werden? Schauen wir doch mal. Könnte mein Grab werden, aber... Wenn Diaz heute Morgen nach Edinburgh geflogen ist, um Thea Hand zu treffen, dann wäre das doch die perfekte Gelegenheit. Ich könnte die beiden und den Dieb dabei überraschen, wenn sie gerade den Deal abschließen. Um ungesehen ins Haus zu kommen, muss ich vermeiden, von den Überwachungskameras erfasst zu werden. Warum Verdacht erregen, wenn ich es vermeiden kann? Edward Theahan hat ein Vermögen geerbt, aber es scheint, als würde er das alles in Kunstwerke investieren, statt in Reparaturen. Sein Besitz geht definitiv vor die Hunde. Da braucht man sich doch nur den kaputten Traktor anzusehen. Ja. Ich muss da flacher Stein. Gewöhnlicher, flacher Stein. Der ist viel zu schwer. Den kriege ich nicht vom Fleck. Okay. Gut, dass die Kamera da nicht nervt. Meine Kletterpflanze. Irgendeine unverwüstliche Kletterpflanze. Keine Ahnung, wie die heißt. Gibt ja auch schon viel davon. Weck ihn. Oder mit dem Stein auf den Stein. Der Pflanze-Narm-Schild. Auf dem Schild steht Edward Theahan. Das ist ein ganz billiges, dünnes Blechschild. Passt überhaupt nicht zu so einem fürstlichen Anwesen. Das Schild ist festgeschraubt. Das kriege ich mit bloßen Händen nicht ab. Ja, und du hast auch keine Münzen mehr über euch. Ich könnte hier über die Mauer klettern. Warte. Einbrechen direkt im Sichtfeld einer Überwachungskamera? Nicht gerade ein sehr schlauer Plan, oder? Ein solides Tor, das mit einer Kamera überwacht wird. Theahan weiß seine Privatsphäre wirklich zu schätzen. Okay, hier ist nichts. Da ist noch der große Klackestein. Überwachungskamera. Hier sieht mich garantiert niemand. Ich stehe im toten Winkel der Kamera. Schade, ich hätte jetzt gehofft, du kannst sie wenigstens festkleppen. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Hier sieht mich... Eine beschädigte Überwachungskamera hat leider die dumme Angewohnheit, den Alarm auszulösen. Und das wollen wir doch auf keinen Fall. Eine beschädigte... Ja. Das ist keine sehr gute Idee. Eine kaputte Kamera löst doch sofort einen Alarm aus. Der ist viel zu schwer. Den kriege ich nicht vom Fleck. Gewöhnlicher flacher Stein. Hier rechts ist aber auch nichts mehr, ja? Aber jetzt habe ich ein Stück hinter der Pflanze abgerissen. Mal gucken, ob ich damit vielleicht irgendwas ändern kann. In der Kamera. Oder im Flachenstein. Oder am... Der ist viel zu schwer. Den... Kann ich dich mit irgendwas kombinieren? Ja. Ich wollte einen Stein dazwischen kleinen. Okay. Nebel. Dieser unheimliche Nebel dringt einem wirklich durch Mark und Bein. Und bestimmt fängt es auch noch gleich an zu regnen. Das hier muss mal der ideale Ort gewesen sein für Abendgesellschaften und 5 Uhr-Tees. Jetzt ist es nur noch eine Ruine. Ein Überbleibsel fast vergessene Traditionen. Ja. Kein Auto. Teahan müsste da sein und sein Gast eigentlich auch. Es sei denn, sie sind zu Fuß weggegangen. Okay, hier kann ich nichts machen. Ein Haupteingang, oder? Das Fallrohr kann ich auch. Ich sehe hier auch keine Überwachungskameras. Vielleicht könnte ich hier ja hochklettern. Ach doch. Statt die Tür zu nehmen. Nein. So geht's nicht. Ich bin viel zu schwer für das Rohr. Ich habe es ja jetzt schon fast abgerissen und eine von den Schälen ist auf den Boden gefallen. Wenigstens hat sie sich erst gelöst, als ich schon wieder auf dem Boden stand. Okay. Und was haben wir hier für die Tür? Schuppentür. Okay. Abgeschlossen. Aber das Schloss ist ein Witz. Ich brauche nur ein paar Dietriche, um es aufzukriegen. Und wo liegen die? Vielleicht könnte ich das eine Ende der Metallschäle hineinstecken, aber ein Schloss zu knacken, ist eine knifflige Angelegenheit. Damit würde ich nicht viel weiterkommen. Dann nicht. Die Schäle, die vom Fallrohr heruntergefallen ist. Solides Metall mit langen, dünnen Enden. Ja, aber du kannst hier jetzt nichts mitmachen. Dann gehen wir weit nach vorne. Ich komme dem Haupteingang besser nicht zu nah. Dort sehe ich noch eine Kamera und an der vorbeizukommen wäre nicht so einfach. Ja, aber hier ist vielleicht auch das Ganze. Ich komme da nicht hoch. Ich habe mir gerade die letzte Chance verbaut, da reinzukommen. Okay. Ja, das Fenster. Ah, so komme ich vielleicht hinein. Es hat nur einen ganz normalen Haken. Vielleicht kann ich den irgendwie aufschieben. Hm? Okay, damit nicht. Aber auch nicht. Ja, ob ich da mit einem Stein draufhabe. Ich habe gerade etwas gesehen, was mich... Okay, ist das nur die Tür? Kellerfenster? Das Haus ist ganz dunkel. Hoffentlich komme ich noch nicht zu spät. Haupteingang kann ich nicht. Hier kann ich auch nicht. Muss ich vielleicht zum Haupteingang wieder und da irgendwas mit dem... noch einen Stein machen. Die Stufen sind in schlechtem Zustand. Das Klima hier bekommt Holz offensichtlich nicht gut. Ja, danke für diese Info. Ist sonst nichts mehr, ne? Auto könnte ich noch kaputt machen. Das Freifahrer. Auch nichts aufgetaucht noch. Und nicht. Das Schild ist festgeschrieben. Jetzt komm. Auf. Das kann ich nicht kombinieren. Ohne eine feste Unterlage brauche ich es gar nicht erst zu versuchen. Ich würde mich nur verletzen. Ach so, umgeht das oder was? Okay. 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 Gut, der gibt eine solide Unterlage ab. Jetzt brauche ich nur noch etwas, womit ich die Schelle bearbeiten kann. Ja, nimm doch den Stein. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und daraus habe ich jetzt gemacht eine Fallrohrschelle. Ein paar primitive Dietriche. Sowas kann man immer gut gebrauchen. Ja, dann hopp über die Mauer. Und dann noch ins Gewälde rein. So, Dietriche. Mal sehen. Das hier ist keine Feinarbeit. Im Gegenteil. Das schreit direkt nach roher Gewalt. Der da hält. Jetzt der andere. Mist. Dämliches Schloss. Da ist nicht genug Platz für zwei Dietriche. Die kann ich so nicht lange halten. Hey, es funktioniert. Und jetzt der obere. Na bitte. Es funktioniert also. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Und hoffentlich auch zum letzten Mal. Ja. Also Tür auf. Einfach mal so rein. Dadurch komme ich auch nicht rein. Der Raum ist voll mit Gerümpel. Aber ein paar Sachen wären vielleicht ganz nützlich. Ja, ich nehme den Schraubenmodifikator und nehme das Schild. Einfach nur, weil es da vorhin schon war. Auf so eine Lösung käme zwar nur ein Raudi, aber der Zweck heiligt nun mal die Mittel. Ja. Und wieder rein. Man muss sich das Schild noch bearbeiten. Nein. Danke. Gut. Und 모